Guten Tag, mein Name ist Sura Linder. Ich bin leitende Ärztin der Plastischen Chirurgie im Spital Zolleckerberg. Wir als plastische Chirurgen bieten natürlich auch nichtchirurgische Korrekturen an, wie beispielsweise die Botox-Behandlung. Was macht das Botox? Das Botox führt zu einer dosisabhängigen Entspannung der Muskulatur und darüber zu einer Glättung der darüberliegenden Falten, wenn diese nicht zu tief oder schon fixiert sind. Wenn Sie nun für eine solche Behandlung zu uns in die Sprechstunde kommen, dann setzen wir uns zusammen und sie erklären uns, welche Regionen sie stören und wie stark sie sich den Effekt des Botox wünschen. Anschließend wird das Botox appliziert und da kann man je nach Dosis eben auch Nuancen der Muskelentspannung erzielen und ein sehr natürliches Resultat bekommen. Der Effekt ist nach drei bis vier Tagen zu sehen und hält etwa drei bis sechs Monate an. Wenn Sie an einer solchen Behandlung interessiert wären, dann kontaktieren Sie uns doch und wir beraten Sie sehr gern.